Jo Leute, was geht? Willkommen zu Skull & Bones. Im Dezember hatte ich da schon mal in die Closed Beta geguckt und da war ich schon übertrieben süchtig. Und jetzt startet die Open Beta kurz vor Release des Games. Das bedeutet, jeder von euch, der Mockert, kann da jetzt auch kostenlos reingucken. Schaut einfach in euren Store nach, ladet euch die Beta runter. Und ja, ich wollte hier einmal ein paar Minuten mit euch reinschauen, was wir erwarten können hier in der Beta. Und vor allen Dingen, was es für Unterschiede gibt zur Closed Beta aus dem Dezember. Ich habe nämlich geguckt, im Dezember am 17. oder 16. war die Closed Beta. Und hier fällt mir direkt eine Sache auf und zwar die Sprache. Da gab es wirklich echt Probleme beim letzten Mal. Jetzt kann man hier direkt am Anfang auswählen, welche Sprache man haben möchte. Ich hatte teilweise dann gar keine Sprache in der Closed Beta. Das wurde jetzt offensichtlich geändert. Man kann hier direkt Crossplay aus- oder anmachen, das finde ich super. Und alles andere würde ich sagen, lassen wir so wie es ist. Grafikmodus. Am besten würde ich sagen, immer Qualität nehmen, weil lieber die paar FPS mitnehmen, ohne dass man dann ruckeln hat. Und alles andere lasse ich so wie es ist. Und dann würde ich sagen, stimmen wir zu und starten rein. Noch eine richtig coole Sache. Alles, was ihr in der Beta erstpielt, bis hier zur Stufe Brigant, könnt ihr ins Final Game übernehmen. Bedeutet, wenn ihr jetzt am Wochenende in der Beta schön reinhustelt und dann Brigant werdet, was auch immer das bedeutet, dann könnt ihr das in euer finales Game damit reinnehmen. Finde ich ganz cool. Es wäre echt doof, wenn man jetzt am Wochenende richtig reingrindet, vielleicht mit Kollegen, schon Clan gründet oder was auch immer, was man hier machen kann. Und da muss man nächste Woche bei Game Release, was ja am 16. ist, beziehungsweise am 13. mit der Ultimate Edition Early Access, dann nochmal alles neu machen. So, wir starten jetzt hier rein. Weiter, 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 das kennen wir alles. Premium Inhalte. Ach ja, genau. Ihr könnt aktuell auch auf Twitch ein besonderes Pad bekommen, wenn ihr Twitch Streams guckt. Also, guckt einfach mal bei mir auf Twitch vorbei. Ich werde heute, auch wenn ich noch nicht, ich glaube man hört es noch, nicht sehr fit bin, heute streamen, weil ich einfach unbedingt dieses Game hier zocken will und nicht übelsüchtig bin. Gucken, ist das das gleiche Intro wie in der Closed? Ich erinnere mich auch nicht mehr so gut. Auf jeden Fall können wir direkt mal appreciaten, komplett auf Deutsch übersetzt. Das ist so ein Ding. Heutzutage muss man das echt mal positiv hervorheben. Man hat entweder Texte, die man lesen muss oder es wird gar nicht mehr übersetzt. Das finde ich schon sehr gut, dass es hier... Es ist das gleiche Intro, ich meine mich zu erinnern. Deswegen werde ich es einmal überspringen, wenn das geht. Ja. Oder? Dass es auf Deutsch ist, finde ich sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Indian Ocean. Ich meine, es ist genau wie in der Closed. Wir werden es jetzt sehen. Ich weiß ja noch, wie es gestartet hat. Ich war auf so einem Floß. Niemand hat mit mir gesprochen, weil ich keine deutsche Sprachausgabe hatte irgendwie. Ich kann nicht sagen, ob das in der Closed Beta auch so war, weil ich keinen Ton hatte. Die ersten 15 Minuten. Okay, Steuere mit L. Ja genau, das ist erstmal so Intro wieder am Anfang. Zur Erklärung, wie das... Äh... Wie die Steuerung funktioniert, ja. Halte L2 gedrückt, um mit einer Waffe zu zielen, dann drücke R2. Geil! Ah, das habe ich so vermisst. Das war so... Das war so... Spaßig. In der Closed Beta, dieses... Von weit weg mit den verschiedenen Kanonen zu zielen und einem Volltreffer zu landen, auf 1000 Kilometer gefühlt. Das hat so Bock gemacht. Und dann taktisch auch seine Waffen zu benutzen, weil manchmal hat man ja Linkswaffen, man hat Rechtswaffen, man hat da hinten, man hat vorne Waffen. Das hat wirklich so viel Bock gemacht. Und da sind wir auf dem Floß. Genauso wie auch in der Closed Beta. Also fängt genauso an. Das heißt, ich weiß auch schon so die ersten Steps. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock, wieder mein Boot aufzubauen. Vor allem beim letzten Mal war ich ja ein bisschen gecappt. Ich glaube, beim dritten oder vierten Boot ging es dann nicht weiter. Auch, was die Waffen anging. Da werde ich dieses Mal aber sowas von... Ich habe so Bock, da rein zu husteln. Wen nehmen wir denn da? Ich weiß gar nicht, wen ich das letzte Mal genommen habe. Aber zu mir passt irgendwie keiner so richtig. Und man kann die auch nicht anpassen. Das hatte ich ja gehofft, dass man hier vielleicht noch mal was anpassen kann. Aber ja, irgendwie gibt es keinen, der so auf mich zutrifft leider. Und jetzt kriegen wir unser erstes Schiffchen. So ein kleines Drecksding. Und nochmal zur Erinnerung, als ich in der Closed Beta gespielt habe, hatte ich diesen ganzen Text nicht. Also die haben wir mir nicht gesprochen. Ich hatte keinen Untertitel, kein gar nichts. Ich wusste gar nicht, was abgeht und was ich machen soll. Vor allen Dingen jetzt ist da so ein Gespräch zwischen denen und mir. Und bei mir haben die nur den Mund bewegt und ich wusste überhaupt gar nicht, was da abging. Das war echt witzig. Aber cool, dass wir jetzt hier nochmal die komplette Story sehen können. Man kann auch Texte überspringen, das ist super. Dann überspringen wir jetzt mal und dann geht es los. Das kenne ich hier halt schon. So, zerbrochene Planken plündern. Mit, äh, genau. So, jetzt ist nämlich wieder die Sache. Hier gibt es nämlich viele komplizierte Dinge, die man lernen muss. Äh, mit dem Boot. Und zwar einmal, wie man mit dem Wind richtig segelt. Äh, wie man Anker legt und wie man schneller fährt und so. Da, Knoten und sowas. Das ist wirklich sehr, also es ist cool gemacht, wenn man es einmal begriffen hat. Aber bei mir hat es ein paar Stunden gedauert, bis ich endlich begriffen habe, wie das Segel und so funktioniert. Äh, es wird bestimmt noch was dauern, bis ich jetzt wieder, äh, darauf komme. Okay. Wir gehen zum Fragezeichen, weil da muss ich hin. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, wie es aussieht. Ich finde, vom Look her und ich weiß, klar, das Wasser, darum geht es ja. Aber es sieht sehr gut aus, vom Wasser her. Sollte es ja auch, aber gefällt mir sehr gut. Das eine, und auch noch Manko, zu der Sprache, was ich hatte, war, dass die Inseln, die man betreten konnte, echt teilweise langweilig waren. Und überhaupt alles, was auf dem Land war, war eher nebensächlich. Und nur auf dem Boot ging so die Post ab. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, hier hat sich nichts getan. Hier sind immer noch die Tänzer, das ist ganz witzig. Da vorne sind die beiden, die sich die ganze Zeit auf die Fresse schlagen. Das war auch ganz witzig. Aber sonst gibt es hier nichts Neues, okay. Käpt'n Ressler, dass das Schiff, wir haben. Und nun, und wo, was? Tja, doch, wenn wir mit leeren Bergt, was in diesen... Äh, annehmen, ja. Gut. So. Beschaffe explosive Feuerwaffen, beschaffe opulent herum. Sehr gut. Und, äh, das machen wir jetzt. Dafür kann man einfach oben den Questmarker folgen. Das ist eigentlich ganz chillig, an Bord gehen. Und der sagt einem dann ganz genau, wo man hin muss. Das ist, äh, wirklich ganz gut. Das finde ich selber so krass. Äh, man muss schon später auch ein bisschen selber suchen. Aber gerade am Anfang will man da ein bisschen an die Hand genommen werden. Da finde ich das mit dem Questmarker schon auch gut. Gerade auch für Hauptmissionen und Nebenmissionen. Da sollte das schon so sein, dass man da ein bisschen... Gerade wenn man neu ins Game startet, einen Marker hat, finde ich. Da war eigentlich eine Waffe. Ah ja, der Speer. Okay. Plündern. Bündel plündern, Bündel plündern. 12 von 6. Leih, hab schon zu viel. Ich wurde auch öfter gefragt, ob das, äh, Spiel PvP hat. Oder... sich viel um PvP dreht. Es gibt PvP-Gebiete. Aber das ist kein Zwang. Also... Ich hab zum Beispiel in der Close-Beta gar kein PvP gespielt, sondern nur PvE mit anderen Leuten gegen die KI gekämpft. Man kann auch PvP machen, ist aber absolut kein Muss. Zumindest das, was ich bisher in der Beta immer gesehen hab. Abgeben. Ja, der hat mich verarscht. Kehre zu deiner Dau zurück. So, Piratenabkommen. Ich hab irgendwie was zum Angeln bekommen. Suche im Rug der Exeter nach Informationen zum Kurs nach Sand an. Ja. Genau, nach Sand an wollen wir. Ja, das ist nämlich unsere Hauptinsel, wo wir Boote kaufen können, unsere Sachen verbessern können und, 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 und. Oh, ja. fernrohr bekommen ok und während ich jetzt hier nach st an fahre und dann richtig schön die beta rein hasle könnt ihr auch switch vorbeikommen ich werde jetzt sehr wahrscheinlich live sehen und weiter zocken wenn ihr da weiter gucken wollt und wenn ihr selber spielen wollt wie gesagt open beta bis zum elften mit early access könnt ihr ab 13 in das game gucken und ohne early access kommt es am 16 raus für mich selber voll auf den kanal freund sehr über ein like unter dem video schreibt mir gerne eure meinung unten in die kommentare wie ihr das game findet ich bin sehr hype drauf muss ich sagen ich freue mich schon seit einem monat drauf dass es endlich released wird also ich habe richtig bock da rein zuhusteln und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute haut rein